OP 4, beeilen euch! Geburtsstillstand. Keine Herzstöne beim Kind. Kaiserschnitt sofort. Los, los, los! Hallo. Wie geht's Ihnen? Gut. Sie haben großes Glück gehabt. Sie wären uns banal gestorben. Aber Ihre Tochter ist gesund und sie kriegen wir auch wieder hin, ja? Draußen wartet noch ein Anwalt, der mit Ihnen sprechen möchte. Sie sind ja eigentlich zu schwach für sowas, aber er meinte, es wäre sehr dringend. Sind Sie verrückt geworden? Sie bleiben liegen. Keine Angst, wir kümmern uns um die Polizei.